Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, sehr, sehr hart und sehr einsam. Ich denke, da kann ich auch für viele Leute sprechen in meinem Alter, dass man da hier auch in Lauterbach leider wenig Anschluss gefunden hat. Gab es halt nix und man saß halt nur zu Hause rum, man hat wenig Abwechslung gehabt. Zum Glück ist es jetzt wieder anders. Ist es das erste Mal, dass du jetzt mal wieder unter Leuten bist? Ne, das ist schon jetzt des Öfteren. Hier ist es mein Name. Okay, das sieht doch nicht aus, Alterbach. Genau. Was sagen Sie denn hier zu dieser Veranstaltung? Das ist eine schöne Veranstaltung. Endlich mal wieder draußen sein, endlich mal wieder Menschen treffen, Menschen anschauen, gemütlich hier sitzen, was trinken und den Sommer genießen. Ja, und das Wetter spielt Gott sei Dank mit. Ja, das darfst du auch noch morgen und am nächsten Wochenende. Genau, das ist aber so. Der liebe Gott ist ein Lauterbacher gewesen. Ach ja? Ja. Okay. Und wie fandest du denn überhaupt die Grundidee? Die Grundidee ist super. Es hat ja nix stattgefunden dieses Jahr. Der Prämienmarkt ist ausgefallen, als fällt der Pfingstmarkt ist ausgefallen. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas gewesen wäre. Jetzt in Schlitz wäre das Prachtenfest, glaube ich. Das findet nicht statt. Von daher ist das eine kleine Alternative. Ein kleiner Einfach. Ja, auch, dass die Restaurants wieder aufhaben, die Kneipen wieder aufhaben, dass man auch wieder einfach mal Menschen treffen kann. Das ist schon wichtig. Das ist so das, was mir gefehlt hat. Thomas Klöppermeyer. Ja. Sie kommen von? Naja, ich bin seit 85 Lauterbacher Bürger. Ich komme aber aus Weiburg an der Lahn. Was sagen Sie denn zu diesem Wochenende hier? Ja, ich bin sehr erfreut, dass gestern Abend dann der Regen doch aufhörte, sodass hier etwas Betrieb war. Allerdings habe ich gestern wie auch heute Stadtbürger oder Vertreter der Stadt hier doch sehr vermisst. Das wundert mich ein bisschen. Okay. Also ich habe so ein Ausfallgefühl, dass einige Lauterbacher gerade so was von Notiz nehmen, was sie selbst initiiert haben. Ich finde das fantastisch, weil wir haben was zu viel hier in Lauterbach. Das Ambiente hier ist wunderbar. Auch an anderen Stellen. Ja, und wir haben auch einen Sommer hier, ohne andere Termine. In der Corona-Zeit sowieso, dass es jetzt etwas lockerer wird und wir hier im Vogelsberg mit einem guten Gefühl ausgehen können, ohne Angst zu haben. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank.